Lange wurde umgebaut, doch am 8. August war es dann endlich soweit. In der Neuhauser Straße eröffnete der neue Deichmann. Ein riesiges Geschäft, der größte Deichmann überhaupt in Deutschland mit 2000 Quadratmetern, die er auf zwei Etagen verteilt. Für den neuen Store wurde dann der bisherige Store in der Neuhauser Straße und ein anderer Store in der Kaufinger Straße geschlossen. Aber das ist gar nicht mehr so schlimm, denn hier ist alles super übersichtlich. Nämlich 47.000 Paar Schuhe, eine 350 Quadratmeter große Sportfläche und als Highlight gibt es dann hier eine besondere Online-Exklusivabteilung. Das ist ein Pilotprojekt im Erdgeschoss, wo man eigentlich nur online bestellbare Schuhe aus der Deichmann-Kollektion auch mal anfassen und ausprobieren kann in allen möglichen Größen. Und wenn sie einem gefallen, kann man sie an der Kasse bezahlen. Es wird dann alles wunderbar nach Hause geschickt und man muss nichts mehr schleppen. So einfach geht das heute. Außerdem kann man sich noch ein bisschen umschauen. Es gibt tolle Abteilungen, wie zum Beispiel auch für Taschen und Accessoires. Für jeden ist was dabei. Und jede natürlich. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen.